Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Gott, Vater im Himmel, erbarme dich unser. Gott, Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Gott, Heiliger Geist, erbarme dich unser. Heiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme dich unser. Heilige Maria, bitte für uns. Heilige Gottesgebärerin, bitte für uns. Heilige Jungfrau der Jungfrauen, bitte für uns. Heiliger Antonius von Padua, bitte für uns. Du treuer Diener des Allerhöchsten, bitte für uns. Du Zierde deines Ordens, bitte für uns. Du Säule der Kirche Gottes, bitte für uns. Du Mann nach dem Herzen Gottes, bitte für uns. Du Lilie unversehrter Heiligkeit, bitte für uns. Du Liebhaber der Armut, bitte für uns. Du Muster der Demut, bitte für uns. Du Vorbild des Gehorsams, bitte für uns. Du Spiegel der Geduld, bitte für uns. Du Arche des Bundes, bitte für uns. Du Apostolischer Prediger, bitte für uns. Du Besieger der Ungläubigen, bitte für uns. Du Schrecken der Bösen Geister, bitte für uns. Du Tröster der Betrübten, bitte für uns. Du Zuflucht der Sünder, bitte für uns. Du Erwecker der Toten, bitte für uns. Du Helfer der Notleidenden, bitte für uns. Du Erlöser der Gefangenen, bitte für uns. Du Wiederbringer verlorener Sachen, bitte für uns. Du Mächtiger Fürbitter, bitte für uns. Du großer Wundertäter, bitte für uns. Du unser liebevoller Schutzpatron, bitte für uns. O du Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünden der Welt, verschone uns, o Herr. O du Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünde der Welt, erhöre uns, o Herr. O du Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünde der Welt, erbarme dich unser, o Herr. Christus höre uns, Christus erhöre uns. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir bitten dich, o Herr, lass uns durch die Verdienste und Fürbitte des heiligen Antonius, deines glorreichen Bekenners und Kirchenlehrers, in allen Anliegen und Nöten, Trost und Hilfe zuteil werden, und verleihe uns, dass wir mit deiner Gnade seine heiligen Tugenden erlangen und der einst mit ihm und allen Heiligen in der ewigen Herrlichkeit vereint werden. Amen.